In dieser Folge von The Last of Us Part 2 Was? Arr, ihr Landratten! Bitte was? Landratten? Yes! Ja, willkommen zurück! Genau! Bei Captain Abbey Captain Abbey Sparrow Sparrow? Ja Da sind immer mehr Muckis als Sparrow Ist ja doch stimmt! So, sie ist schon da Ready um hochzuklettern, haben wir hier noch was? No, ah da Hallo hol 39 Tabletten erst Bleib auf dem Dock Ich besorge ein Boot und hole dich ab Nein, ich kann helfen Dabei nicht Ich schaff das, okay? Okay Wer ballert da jetzt rum? Das ist die Frage, ne? Sind wir das? Ja Ja, baller ich schon Ja, baller ich schon Als wir das Gas abgeknallt haben Jetzt ballern sie plötzlich nicht mehr Jetzt wieder Ist das Ellie vielleicht? Ja, deswegen sag ich also Wird das? Also Oder wahren wir das? Mein Gott, so viele offene Fragen Bitte? So viele offene Fragen Ja Und alle werden sie geklärt Bei zwei bei Caipers Runter Abby, was zum Teufel? Ready? Bist du allein? Ja Shit Dieser Scharfschütze ist dein Profi Was machst du hier draußen? Die Boote, wir sollten heute die Insel angreifen Dann tauchte dieser Pendejo auf Ich Ich hab jemanden losgeschickt Bald sollte Verstärkung kommen Sollte Ich brauche eins der Boote Sofort Wieso? Erklär ich später Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten Dann los Okay, der Scharfschutz ist dann wohl da oben bei der Brücke irgendwo Wo? Uh Nein Ah, was brauche ich denn? Wollte grad sagen, mach dich doch so richtig zur Spazierscheibe Ich wollte gar nicht Warte Bleib Er soll denken, dass er uns verloren hat Geht klar Los, los Ist er denn da? Immer da wo das Licht ist Und natürlich hat er wahrscheinlich gefühlt unendlich Munition Natürlich Was stimmt denn mit dem Dude nicht? Ich glaube, mit dem stimmt alles, aber... Hier bin ich relativ ungedeckt. Aber man kann ihn ja auch nicht sehen. Um den selber zu erschießen. Ich kündig dich immer nur durch dein Licht an, da oben. Ich bin vor! Was jetzt? Aha. Hä? Sie taucht nicht auf, doch jetzt. Er kann immer dann schießen, wenn er das Licht an ist, oder was? Naja, dadurch kündigt sich das irgendwie, glaube ich, an. Oder wenn er das Licht an ist, oder so. Da ist noch ein bisschen alle wohl. Ich glaube, er kann es auch noch ein weiteres Milikett vertragen. Was vor hat er gesagt, hier drüben? Ich glaube, er schießt immer zweimal und dann kann ich kurz laufen. Was? 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 Ich bin direkt hinter dir. Los! Wo ist die Garage? Das meint er? Keine Ahnung. Der Karren fällt auseinander! Oh! Wir müssen weg! Los! 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 Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit! Und sie hat sich da auch eine gute Position rausgesucht, ey. Okay. Haben wir hier noch ein bisschen was? Da war noch was. Krass, wie viele Sachen wir hier haben, ne? Und da wird auch noch ein bisschen was auf und zu kommen wahrscheinlich. Äh, guckt da. Uh. Äh, jo, danke. Oh. Oh. Verdammt, nicht schon wieder! Ja, girls! Fuck! Oh, no! Ja, ja, ja! Yes! Oh, no! Fuck! Shit! Ah! 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 Man drückt die ganze Zeit weglaufen. Ja, wenn sie getroffen ist, kann sie halt nicht laufen, ne? Und dann ist es für den Klicker-Klacker die einfachste... Ach, noch einen Flammenwerfer, nimm den sonst. Lauf eher nach rechts, in die andere Richtung. Ja, ich wollte gerade sagen. Treffen kann. Und dann flammen sie weg. Verdammt, mich schon wieder! Das ist ein Klicker-Klacker, das ist ein Klicker-Klacker. Wieso kann er denn diesen scheiß Klicker nicht umbringen? So, jetzt schießt du auch, Junge. Geht er mir echt auf den Sack langsam, ne? Nee. Denk dran in Brand setzen und dann schießen. Uff, uff, lauf, Abby, lauf! Nein, 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 lauf weiter! Yes! Ah, die paar kriegen wir jetzt weg. ? Ja! No! impatient, anos OC static! Ja! Ja! Geh! Nichtle, 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 nichtle! Es geht nicht. 17 Scheiße, ich würde jetzt gerne gucken, ob der noch was dabei hat, ne? So, hier ist das Feierabend, mein Freund. Ah, hier ist noch Munition. Oh, hier können wir noch eine Bombe anfälligen. Ja, aber hier ist noch Munition und alles. Warte doch, du Dut. Bisschen Gesundheit. Oh, das Versteck ist hier nichts mehr, schade. Natürlich haben wir mich abknallen kann, oder was? Ja. Frauen und Kinder, bitte. Ja. Wo ist der hin? Der kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Oh, fuck ey. Ist da! Los, 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 los! Geht nicht nachlassen! Na ja, ich geb ihn ordentlich zundern, ne? Hm. Da hat er mal Zeit. Denk dran, dass du nicht so richtig guter, lebendlicher Verfassung wirst. Was? Äh, wo ist er denn jetzt hin? Runter einfach, ne? Oh. Wo? Bo- das war's für dich das wollte ich nicht werfen schade kommt er jetzt raus oder bleibt er ist versteckt ja noch irgendwas mit Sprengmunition du komm wahrscheinlich nicht raus wenn du da schon so stehst du musst dich erst verstecken was ist man den denn zu fassen warum rennt sie denn nicht einfach vorwärts mein gott ja ne macht sie ja nicht der rennt immer weiter zurück der dude wenn du das arschloch zu isaac bringst stehst du wieder gut da abwarten was von ihm übrig bleibt das ist das ist das ist der werden ... ... ... ... Ah! 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 Oh, der ist aber richtig schnell. Ich glaube nicht, dass der auf die Flaschen reagiert. Ich glaube auch nicht. Und zuletzt habe ich ihn da vorne gesehen. Da ist er. Na, ist raus jetzt. Oh, der Tür. Oh! Das ist Tommy. Das ist Tommy. Bist du okay? Abby? Ja. Du? Wer war das? Das spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm. Wir nehmen das Boot. Oh. Ich glaube! Ich bin da vorne. Ich bin da vorne mit警察 und fangstalle. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne mit einer rinnen. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Das war Tommy. Wir hätten den also auch gar nicht umbringen sollen, können, wahrscheinlich. Ja. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Dann sie ist auf jeden Fall tapfer, ne? Ja. Das kommt mir doch irgendwo bekannt vor, das Bild. Auf das wir in der nächsten Runde nicht auch hängen. Ja, bleibt zu hoffen. Ja. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. If you haven't girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. красота If you haven't if you hav' if you hav' if you hav' Wooooooo Liaaa 대해서 Sin one is kalibou no no humanos Vielen Dank.